hallo zusammen und es geht weiter mit fortnite die spaßballen zusehen wünsche ich euch in phase zwei von sechs der legendäre herausforderung der woche 3 fortnite 2 season 7 müssen wir uns mit sunny, joey oder strandbrutus unterhalten strandbrutus ist ja wahrscheinlich neu hier in beliebers beach sunny ist in beliebers beach und joey müsste da eigentlich auch rumrennen dann will ich da wohl mal hin ab dahin mache ich erstmal den hier vorne bist du mein dicker brutus ja strandbrutus damit ist brutus besucht der legendäre auffragen abgeschlossen ich sag danke fürs zusehen tschüss bis zur nächsten folge macht's gut